Heute kaufe ich mir den Skin... Mama, was machst denn du hier? Na, wonach sieht's denn aus? Ich arbeite hier. Seit wann arbeitest denn du hier? Die haben eine Aushilfe gesucht, weil der andere Verkäufer krank ist. Dann bekomme ich eine 20er PaySafe-Card, denn 30 bekommst du ja wieder. Genau, 30 kriege ich wieder. Danke und bis später. Bis nachher, mein Schatz. Mama, ich bekomme eine 20er PaySafe-Card. Okidoki. Heute kaufe ich mir nämlich den Moxie-Skin. Wen interessiert's, was du dir kaufst, mein Schatz? Der andere Verkäufer war aber freundlicher. Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen traurig, weil ich vorhin die Wette verloren habe. Und ich immer noch nicht weiß, wie der Trick funktioniert. Ok, vielleicht zeige ich dir irgendwann mal den Trick. Aber nicht heute. Schade. Also, bis später. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Also, woher kommen die denn? Die 50 Euro habe ich vor zwei Wochen verloren. Und jetzt will ich eine PSC. Na, da hattest du aber Glück, dass du es wieder gefunden hast. Viel Spaß. Danke, tschüdelü. Heute kaufe ich mir den Skin. Hallo. Hi, na, was kaufst du dir heute für einen Skin? Heute kaufe ich mir den Dynamo Skin. Cool. Ich finde den Schlotter Skin aber immer noch am besten. Naja, ich finde den Dynamo besser. Tja, Geschmäcker sind halt verschieden. Bitte schön und viel Spaß. Genau so schaut es aus. Tschüdelü. Heute kaufe ich mir den Skin. Hallo. Hi. Lass mich raten, du kaufst dir heute den Goldie Skin. Nein, der ist doch mega breit. Heute kaufe ich mir den Sirenen Skin. Ist doch egal, ob der Skin breit ist. Der muss ja gut aussehen, der muss dir ja gefallen. Mir gefällt der Skin, den ich mir heute kaufen will, aber besser. Na, wenn der Skin dir besser gefällt. Dann kaufen dir. Genau so schaut es aus. Tüdelü. Hallo. Micha, das ist aber eine Überraschung, dass du hier bist. Mama, was machst du schon wieder hier? Na, der Verkäufer ist krank geworden und jetzt helfe ich dir aus. Die andere Frage ist, was du hier machst. Ähm, ich habe mich verlaufen. Das hier ist aber keine Eisdiele, Micha. Na, das sehe ich auch. Micha, du wolltest doch mit Lila Eis essen gehen. Da fällt mir gerade auf, wo ist sie eigentlich? Okay, ich gebe ja zu. Das Ganze war eine Lüge und ich wollte mir mit den 50 Euro eine Passive-Card kaufen. Das beraten wir zu Hause. Her mit meinen 50 Euro. Okay. Tüdelü. Hallo. Ah, moin, Micha. Eigentlich wollte ich mir mit dem Geld Pokémon-Karten kaufen, aber die hatten leider keine mehr da. Deshalb kaufe ich mir jetzt eine Passive-Card. Okay, was darf es denn für eine sein? Bist du blind? Eine für 50 Euro natürlich. Okay, eine Passive-Karte für 50 Euro. Aber warum hatten die keine Pokémon-Karten mehr da? Da war irgendeiner da, der hat einfach alle Pokémon-Karten gekauft. Na, zur Zeit sind die halt alle ausverkauft, ne? Bitteschön und viel Spaß damit. Danke, Tüdelü. Heute kaufe ich mir den Skin. Hallo. Ah, Micha, was kriegst du denn heute? Ich kriege einmal eine 50er Passive-Card, bitte. Okidoki. Und, was sagst du zu neuen Season? Freust du dich drauf? Ja, schon. Ich würde mich freuen, wenn die Ufos rauskommen. Die nerven so ultimativ. Ja, da hast du recht, aber ich glaube schon, dass die dann rauskommen. Bitte. Dann hoffen wir mal das Beste und danke dir, Tüdelü. Och, nö, nicht der. Hallöchen. Moin. Was ist denn los mit dir? Na, mir geht's nicht so gut. Chapter 3 ist draußen heute. Muss es dir gut gehen? Deswegen ja. Ich habe vor einem Monat meine PS4 verkauft. Oh Mann, du musst dir schnell wieder eine kaufen. Shifty ist zurück. Mann, hab leider kein Geld dafür. Na dann kann ich dir leider auch nicht helfen. Na dann, hier. Danke und Tüdelü. Heute kaufe ich mir den Skin. Hallo. Hi, Micha. Wo hast denn du schon wieder das Geld her? Habe ich gefunden. Also, ich bekomme einmal eine PaySafe-Card. Wo hast denn das gefunden? Zu Hause auf dem Esszimmertisch. Oh, oh. Dann gehört das Geld aber nicht dir. Doch, selber. Schuld, wenn man sein Geld rumliegen lässt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wer es findet, darf es behalten. Also her mit der PaySafe-Card. Na gut, bitteschön. Danke und Tüdelü. Heute kaufe ich mir den Skin. Hallo. Moin. Alter, ich habe mich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Wo warst denn du die ganze Zeit? Ich hatte Urlaub. So lange? Glaub mir, ich wäre gern noch länger im Urlaub geblieben. Naja, ich kriege einmal eine PaySafe-Card, denn heute kaufe ich mir den Naruto-Skin. Ernsthaft? Jetzt ist der auch schon in dem Spiel? Ja, der ist richtig geil. Und alle, die was dagegen haben, haben einfach keine Ahnung. Ich sage nichts mehr. Bitteschön. Danke und Tüdelü. Heute kaufe ich mir den Skin. Skin? Nein, Rick, weinst du Holzkopf? Okay. Hast du den Skin noch nicht im Shop gesehen? Wenn ich ehrlich bin, spiele ich zur Zeit kein Fortnite. Da verpasste aber gerade was. Danke und Tüdelü. Heute kaufe ich mir den Skin. Hallöchen. Oh, Micha, wo warst denn du so lange? Na, ich sage mal so, es gab Geldbeschaffungsprobleme. Oha. Und was sagst du zur neuen Season? Also bis jetzt gefällt sie mir. Ah, gut, gut. Und, wie viel möchtest du? Na, du kennst mich doch. Ich will die gesamten 50 Euro als PaySafe-Card. Sorry, sorry. Okay, 50 Euro. Kommt sofort. Bitteschön. Dankeschön und Tüdelü. Heute kaufe ich mir den Battle Pass. Hallo. Moin, Moin. Was ist denn mit deinem Kopf passiert? Hä, warum? Was soll passiert sein? Das sieht irgendwie ein bisschen breiter aus. Kann das sein? Na, das liegt wahrscheinlich am neuen Licht. Ja, ja. Nur am Licht. Vielleicht ein bisschen zu viel gegessen am Wochenende, oder? Was bekommst du? Na, ich kriege einmal eine 50er PaySafe-Card. Heute kaufe ich mir den neuen Battle Pass. Ah, nice. Wie fandst du das Live-Event gestern? Also, das Live-Event war richtig mega. Ich hoffe, du kaufst den Battle Pass auch mit dem Creator-Code TTV Flashy Sun. Natürlich benutze ich den Creator-Code. Sehr gut. Bitteschön und viel Spaß damit. Dankeschön und Tüdelü. Heute kaufe ich mir den Skin Mahlzeit. Hi. Eigentlich wollte ich mir ja Booster Picks kaufen, aber die Trottel im Laden hatten keine mehr da. Vielleicht hat er ja Trimix wieder eingekauft. Trimix? Ja, der große Streamer und YouTuber. Sorry, den kenne ich leider nicht. Den musst du kennen. Der hat damals so viele Pokémon-Karten gekauft. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Aber wenn er meine Booster Picks gekauft hat, dann dreh ich komplett durch. Ha, dann find den erst mal. Glaub mir, ich find ihn. Tüdelü. Na dann, viel Glück. Heute kaufe ich mir den Skin. Lass mich raten, du hast Geld an Weihnachten geschenkt bekommen. Aber natürlich und nicht wenig. Du willst jetzt aber keine 100er PaySafe-Card kaufen, oder? Doch, warum denn nicht? Hast du keine Angst, Ärger von deinen Eltern zu bekommen? Was soll denn Schlimmes passieren? Eine Woche Zockverbot? Zum Beispiel? Aber dann habe ich trotzdem 100 Euro Skins. Da hoffentlich passiert nichts Schlimmeres. Ach, Quatsch. Ich drück dir die Daumen. Danke, Tüdelü. Heute kaufe ich mir den Skin-Mahlzeit. Hi. Du weißt, was das heißt, oder? Du willst eine PaySafe-Card. Aber woher hast du das ganze Geld? Okay, ich erzähl's dir. Ich war in der Stadt unterwegs und da war so ein Typ mit Pokémon-Karten. Ich sollte eine Seite wählen. Ich war die rechte Seite. Jawohl. Und das sollte mein Glück sein. Denn da waren 100 Euro dahinter. Und ich hab 100 Euro bekommen. Richtig, richtig geil. Und jetzt bin ich hier und möchte eine 100er PaySafe. Alter, läuft bei dir. Nein, rennt bei mir. Ja, oder rennt. Hier. Also, danke dir. Heute kaufe ich mir den Skin. Hahaha. Tüdelü. Oh mein Gott. So ein Glück muss man ja erst mal haben. Heute kaufe ich mir den Skin-Mahlzeit. Schon wieder 100 Euro. Ja, Mann. Du wirst es nicht glauben. Ich bin ganz ohr. Okay, ich erzähl's dir. Und zwar war ich wieder in der Stadt unterwegs und hab den gleichen Typen wie letztes Mal getroffen. Er hat mir natürlich wieder Pokémon-Karten hingehalten. Und ich hab die richtige Seite gewählt. Hahaha. Einfach wieder 100 Euro bekommen. Ich bin der größte Glückspilz auf der Welt. Schon wieder so viel Glück. Er dachte, ich nehm die linke Seite. Aber ich bin ja nicht doof und hab wieder die rechte Seite genommen. Hahaha. Oh Mann. Naja, ich bekomm eine 100er PaySafe. Naja, soll ich ehrlich sein? Ich gönn's dir. Danke und Tüdelü. Ich muss nachher auch in die Stadt.